Kilofrust nach der Corona-Quarantäne – nicht bei Julia Siegel. Die 45-Jährige hatte in den vergangenen Monaten nicht nur ihr Gewicht halten können, sondern auch noch einige Pfunde abgespeckt. 14 Kilo soll das Model laut eigener Aussage verloren haben. Wenn wir uns die neuesten Schnappschüsse des Models in den sozialen Medien so ansehen, ist sie aber auch kaum mehr wiederzuerkennen. Schlanke Beine, Sixpack-Ansatz und ein schmales Gesicht – Julia hat deutlich abgenommen. Wo sich die ein oder andere darüber freuen würde, ist die Dreifachmutter gar nicht zufrieden mit ihrer Veränderung, wie sie auf Instagram gesteht. Ich fühle mich in meinem Körper eigentlich gerade pudelwohl, aber wenn ich die Fotos von hinten ansehe, dann muss ich zugeben, dass ich keinen Hintern mehr habe und doch zu viel abgenommen habe. Tja, ein gesundes Mittelmaß ist da wohl immer noch die beste Lösung. Aber woher kommt ihr plötzlicher Gewichtsverlust? Diese Frage beantwortet sie einem Fan in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Ein bisschen zu viel gearbeitet und die letzten vier Wochen keine Zeit zum Kochen gehabt. Seit Anfang Corona 14 Kilo, wovon ich aber schon vier wieder drauf habe. Nochmal vier und alles ist wieder okay. Na, dann wünschen wir viel Erfolg! Aufnehmen! Aufnehmen! Untertitelung des ZDF, 2020